ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, Frau Hofer, was ist denn jetzt? Komm ja schon. Hallo, da hat sich aber jemand in die Schale geschmissen. Reilig, hab ich auch nicht jeden Tag Gelegenheit, unter vier Augen mit dem Bürgermeister zu reden. Gut ausschein, hat noch nie geschaut. Sie sagen, jetzt packen wir's. Packen wir's. Ja, sicher. Freilich, selbstverständlich können Sie einer das noch mal überlegen. Ja, sicher. Ja, an Ihrer Stelle darf ich aber nicht zu lang warten. Ja, weil Sie wissen, der Frühvogel fängt den ganz genau. Ja, Wiederschauen. Grüß Gott. Grüß Gott. Ah, halt, warten Sie. Bitte. Oh, alte Schule, sehr charmant. So viel Zeit muss sein. Also, schöner Tag noch. Ebenso. Guten Morgen, die Damen. Morgen. Morgen. Ja, Fredi. Hi. Was machst denn du da? Ich hab gemeint, dass du schon längst nicht mehr in Rosenheim bist. Okay, nur weil ich mich zeitlang nicht gerührt hab, oder was? Tantchen, das darfst du nicht persönlich nehmen, aber ich hab einfach wahnsinnig viel um die Ohren. Du und wahnsinnig viel um die Ohren. Ich hab's dir da erzählt von meinem neuen Job beim Bauunternehmen von Christian Rillinger. Und wie läuft's da? Super, oder? Super, super, sagt doch kein Mensch mehr. Das ist ja total laut. Was sagt man dann? Fantastico. Bist du ein Spinner. Magst du einen Kaffee? Nein, ich wollt dir eigentlich bloß kurz was zeigen. Beziehungsweise, ich wollt euch beide kurz was zeigen. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ja? Ah, guten Morgen, Frau Stockl. Guten Morgen, Frau Danner. Ich hab grad frischen Kaffee gemacht. Wollen Sie eine Tasserl? Oh ja, bitte. Sie, ich hätte mal eine Frage. Ich hab grad mitgekriegt, wie die Frau Grasegger einen gewissen Freddy begrüßt hat. Wer ist denn das? Der Freddy Hauzenberger. Das ist ihr Neffe aus München. Warum, Franz? Gefällt dir ja, ne? Geh, der ist doch viel zu jung für mich. Obwohl, es liegt eigentlich im Trend. Ja? Aber der Freddy Hauzenberger ist ein ziemlicher Spruchbeutel. Der hat immer ganz obskure Ideen, die sich dann nicht verwirklichen lassen. Letztes Jahr zum Beispiel, da wollte der bayerische Landluft in Dosen abfüllen, um die dann im Ausland zu verkaufen. Ach geh, wie kommt man denn auf so eine geschmarrerte Idee? Ich sag's ja, Sprücheklopfer. Aber jetzt hat er, wie's ausschaut, einen ziemlich interessanten Job an Land gezogen. Sagt Ihnen der Rosentower was? Ja, das hab ich schon mal gehört. Der erste Wolkenkratzer Rosenheims. Der jetzt gebaut werden soll. Und da soll er für die Vermietung von Büro- und Ladenflächen zuständig sein. Da schaut's her. Das wird mein neues Standbein im Rosenheim. Rosentower? Wie gesagt, da unten kommt die Einkaufsmahl rein, dann Büros und ab dem zehnten Stockwerk nur mehr Eigentumswohnen. Da schaut's her. Die hat mir eh reservieren lassen. Ein Eck-Apartment im fuchzehnten Stockwerk mit rundum nix als Glas. Das ist doch bestimmt wahnsinnig teuer. Wir haben's ja, Frau Lange. Ja, logisch mit den Provisionen, die ich jetzt dann krieg. Ja, und man hat sicher auch einen fantastischen Ausblick. Ja, sicher. Einmal quer über die Alpen drüber, bis zum Gardasee. Aber den brauch ich dann gar nicht mehr. Weil wenn ich nämlich zum Baden gehen will, fahr ich einfach fünf Stock höher. Da gibt's auch einen Pool? Ja, aber nur für die Hausbewohner, gell? Und ihre Gäste natürlich. Also, Tantchen, Badeanzug nicht vergessen, gell? Oder ein Bikini. Und gibt's sonst noch was Neues, Frau Stockel? Ja, der Herr Stadler hat vorhin angerufen. Er kommt ein bisschen später. Er muss nämlich die Frau Hofer ins Rathaus fahren. Ihr Auto ist in der Inspektion. Kippo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Äh, ja. Atmen Sie erst einmal ein und aus. Wie war Ihr Name? Herr Peters. Ja, und wo haben Sie die Leiche gefunden? In einer Villa. Und wo ist die Villa? In der Herzog-August-Straße Nummer 7. Und Sie? Sie stehen davor. Gut. Ja, dann fassen Sie bitte nichts an. Wir kommen. Frau Danner, Sie haben's mitgekriegt. Es gab ja der Leiche. Grüß Sie, Frau Wendl. Ich glaube, ich bin jetzt sogar ein bisschen zu früh dran. Ist er denn schon da, unser Herr Bürgermeister? Freilich, Frau Hofer, Sie können direkt durchgehen. Danke. Frau Wendl? Ah, Moment. Äh, wenn ich vielleicht noch bekannt machen dürfte. Dr. Julian Jäger, Sonderbeauftragter des Baudezernats. Wir haben uns doch schon mal gesehen. Marie Hofer, Stadträtin? Darum. Ist der Chef schon im Hause? Äh, ja, schon, aber ... Ja, eigentlich hätte ich jetzt einen Termin bei ihm. Frau Hofer, fünf Minuten und der Bürgermeister gehört Ihnen. Ach, was ist denn schon wieder so dringend? Der Rosentower? Was sonst? Und es geht in riesen Schritten voran. Also, die fünf Minuten, die kenne ich. Frau Hofer, wie wär's denn, wenn wir Ihren Termin verschieben? Nein, 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 auf heute Mittag um 12 Uhr. Oder haben Sie da schon was vor? Nein, nein, das täte schon auch passen. Also, dann könnten Sie nämlich mit dem Bürgermeister sogar essen gehen. Und beim Essen, da ist er immer noch ein bissl zugänglicher. Entschuldigung, Frau Hofer. Büro des Bürgermeisters Reindl, grüß Gott. Super, was mache ich jetzt dabei? Ja. Ohne das Zentrum kannst du alles vergessen. Aber wenn du es einmal hast, kannst du auch in die Breite gehen. Herr Mohr! Ja. Okay. Morgen, Herr Stadler. Die Frau Danner ist auch schon da. Ja, das denke ich mir. Bei mir hat's heute ein bisschen länger dauert, weil ich hab jetzt erst Frau Hofer ins Rathaus fahren müssen. Und dann der Stadtverkehr. Das wird immer schlimmer. Sie sagen es. Herr Mohr, was haben wir denn? Wir haben eine Leiche. Christian Rehlinger, 56 Jahre alt. Er war verheiratet, aber bis zum Schluss kinderlos. Hat gearbeitet, hat er als Bauunternehmer, sogar mit einer eigenen Firma hier in Rosenheim. Rehlinger GmbH. Gut. Wer hat denn den Toten gefunden? Der Hansi Peters. Und wer ist das? Der Taxifahrer. Entschuldigung, Herr Mohr, aber ich hab da draußen kein Taxi gesehen. Das ist kein Wunder, der ist ja nicht mehr da. Ja, aber die Aussage, die haben wir ... Ja, die besteht. Es war ja so, der Herr Rehlinger hat gestern auf Nacht für heute in der Früh ein Taxi bestellt. Und der Hansi Peters, das ist ganz ein pünktlicher Punkt. Acht ist er da gewesen, hat er geleitet. Hat keiner aufgemacht. Hat er nur einmal geleitet. Hat immer noch keiner aufgemacht. Ganz genau. Und dann hat er durchs Fenster geschaut und dann ist er da gelegen, der Rehlinger. Warum hat denn der Herr Rehlinger ein Taxi bestellt? Weil er zum Flughafen wollte. Aber mehr hat der Hansi auch nicht gewusst. Herr Mohr, Sie haben gesagt, der Herr Rehlinger war verheiratet. Mit der Frau Rehlinger. Charlotte. Wo ist die jetzt? Ja. Die Frau Rehlinger. Weiß ich nicht. War es nicht? Gut, Herr Mohr, dann würde ich sagen, schau ich mal zu leicht. Fein. Und Sie? Nachbarn. Nachbarn. Frau Lange, was gibt's? Das ist intern noch für Sie abgegeben worden. Danke. Frau Grasecker. Ich hab gehört, Ihr Neffe ist da gewesen, der Fredi Hartzenberger. So, von wem haben Sie das gehört? Von der Frau Danner. Die hat nämlich gesehen, wie Sie ihn begrüßt haben. Und dann wollte sie wissen, wer das war. Was interessiert denn das die Frau Danner? Weibliche Neugier. Was wollt ihr denn, der Fredi? Er hat sich eine Wohnung reservieren lassen im Rosentower im 15. Stock. Ja, wenn das Ding überhaupt gebaut wird. Ja, natürlich wird das gebaut. Das hab ich in der Zeitung gelesen. Da gibt's einen Investor aus Dubai. Sehr reich. In zwei Monaten geht's los. Ja, schauen wir mal, ob er bis dahin seinen Job noch hat. Dann seien Sie doch nicht immer so negativ. Ich bin nicht negativ. Aber ich kenn halt meinen Fredi. Schöner Tag noch. Servus. Gott benannt. Grüß euch. Frau Mai. Hallo, Herr Stadler. Sagen Sie mal, wo ist denn die Frau Danner? Schaut sich gerade im Haus um. Aha. Und Sie beigeln auch schon zusammen? Ja. Die Sache ist ja klar. Herr Rehlinger wurde gestern Abend zwischen 22 und 22.30 Uhr erschlagen. Vermutlich mit einem Werkzeug, das der Einbrecher dabei hatte und danach wieder mitgenommen hat. Aha. Und woher nehmen Sie Ihre Vermutung? Es war Raubmord. Der Täter zerschlägt die Glastürme ins Haus einzudringen. Herr Rehlinger überrascht ihn, der Täter schlägt zu und macht sich mit diversen Wertgegenständen aus dem Stau. Aha. Und was genau hat er mitgelassen? Bislang habe ich nur ein Handy bei dem Toten gefunden. Ach. Hier. Kein Portemonnaie, kein Bargeld, keine Geldkarten. Und das sind sicher nicht die einzigen Sachen, die verschwunden sind. Ach, grüß Gott, Herr Kollege. Ja, die Frau Danner. Haben wir uns schon ein bisschen umgeschaut im Haus, gell? Ja. Ich habe oben einen leeren Schmuckkasten gefunden. Wie ich gesagt habe, der Schmuck von Frau Rehlinger ist also auch weg. Und der Herr Rehlinger war dabei, sich einen großen Koffer zu packen. Deswegen hat er auch gestern Abend bereits ein Taxi für heute in der Früh bestellt zum Flughafen. Scheinbar wird er verreisen. Ja, allerdings ohne die Frau Rehlinger. Deren Sachen sind nämlich allesamt noch im Schrank. Habt ihr einmal einen Moment Zeit? Ich würde euch gern was zeigen. Äh, das bitte KTU. Ist recht. Also, das ist die Glastür, die der Täter eingeschlagen hat und durch die er angeblich ins Haus eingestehen ist. Wieso angeblich? Ähm, er sagt ja, beim Betreten des Hauses hätte der Täter durch diese Glassplitte hier gehen müssen. Und damit hätte er automatisch Glaspartikel an die Schuhe gehabt, die er dann im ganzen Haus verteilt hätte. Aber solche Glaspartikel haben wir ja nirgends nicht gefunden. Also Klartext, da ist niemand durchmarschiert. Genau das heißt. Also nehmen wir an, es war kein Raubmord und der Rehlinger hat seinen Mörder gekannt. Womöglich hat er ihm sogar selber die Tür aufgemacht. Es kam zum Streit und der Täter hat ihn da schlagen. Aber nicht mit dem Einbruchswerkzeug. Sonst wären ja Splitter in der Wunde. Und um das ganze während Raubmord aussehen zu lassen, stiehlt er das Geld und dann Schmuck und schlägt dann beim Weggehen die Glastür von außen ein. Ja, Frau May, wir haben grad festgestellt, dass es sich offensichtlich um keinen Raubmord handelt. Hm, da war ich wohl auf der falschen Werte. Nein, das kommt vor. Das ist sogar mir schon passiert. Okay, ich habe aufgrund der kausalen Zusammenhänge eine logische Schlussfolgerung gezogen. Haben Sie noch was für uns? Ja, Frau Rehlinger wäre jetzt da. Okay, wo kommt jetzt die auf einmal her? Das müssen Sie sich selber fragen. Was recht hat, hat's recht. Ich hab bei einer guten Freundin übernachtet. Und warum ausgerechnet gestern und? Gab's dafür irgendeinen Grund? Ja, wir haben zusammen gekocht und ein bisschen was getrunken. Da wollte ich mich halt nicht mehr in der Steuer setzen. Was genau ist denn passiert? Zuerst haben wir gedacht, dass es sich um einen Raubmord handelt. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass der Täter es ganz persönlich auf Ihren Mann abgesehen hatte. Sagen Sie mal, hatte Ihr Mann Feinde oder Probleme gehabt in der letzten Zeit oder sonst irgendwas? Nein. Aber können Sie uns vielleicht sagen, wohin Ihr Mann verreisen wollte? Er war gerade dabei, sich einen Koffer zu packen und hat den Taxi zum Flughafen bestellt. Vielleicht wollte er wieder nach Dubai mit der Frau Lautenschläger. Da war er öfters wegen dem Rosentower. Ah, das ist übrigens der erste Wolkenkratzer Rosenheims. Ja, weiß ich schon. Mein Mann sollte ihn für einen arabischen Investor bauen, der sein Sitz in Dubai hat. Sagen Sie mal, wer ist denn eigentlich die Frau Lautenschläger? Die arbeitet für einen Immobilienfonds, der da auch drinsteckt. Da fällt mir auf, der Rosentower ist weg. Hä, wie meinen Sie das jetzt? Ja, da hat auch immer eine Bronzestatue gestanden. So groß ungefähr und so breit. Das Modell vom Rosentower. Das könnte uns eine Tatwaffe sein. Der Täter hat es mitgenommen, dass er keine Spuren hinterlässt. Und darum ist jetzt das drum weg. Ja? Grüß Sie, Frau Stocke. Ah, Frau Hofer, war da jemand Toppen. Woran sieht man das? Spaß. Ich hatte einen Termin mit dem Bürgermeister, aber der ist auf 12 Uhr verschoben worden. Und da hab ich mir die Zeit vertreiben müssen. Sie Ernste. Was haben Sie noch als Eingekauft? Ach, ein paar Schuhe und einen passenden Rock dazu. Also umgekehrt. Und dann hab ich noch zwei Blusen gesehen. So schön, da konnte ich einfach nicht wieder stehen. Dann hat es sich ja gelohnt. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke schön. Ich wollte jetzt eigentlich noch meine Tüten loswerden, wenn das gegangen. Die kann doch so unmöglich ins Rathaus einmarschieren. Ja, ja, nicht das heißt im Rathaus, gell. Die Frau Hofer vertreibt sich ihre Zeit nur mit Shoppen. Genau, Sie sagen es. Und mein Auto kann es nicht stellen, weil das nur in der Inspektion ist. Wissen Sie? Kein Problem, stellen Sie es da hin. Ich pass drauf auf. Danke. Prima. Darf man zurück reinschauen? Ja. Herr Stadler, da stimmt was nicht. Warum? Der Reninger wollte niemals nur für ein paar Tage nach Dubai fliegen. Sonst hätte er doch nicht seinen halben Kleiderschrank eingepackt. Kaschmir-Pullis inklusive. Pullover? Was da drunten bekanntlich so kalt ist? Ja. Und wenn ich für länger wegfahre, dann bespreche ich das doch mit meiner Frau. Es sei denn, es ist in der Ehe Rehlinger nicht sonderlich rund gelaufen. Wo ist denn dieser Moor schon wieder? Was ist denn? Herr Moor, was sagen an die Nachbarn? Nichts gescheit. Aber der Zittel hat mir gerade was gesagt. Erstens, die Frau Rehlinger war wieder da. Und zweitens, dass vielleicht doch kein Raubort gewesen ist. Ganz genau, Herr Moor. Ich schlage vor, Sie fahren in die Firma vom Toten und ich schon einmal ins Präsidium. Bis gleich. Herr Moor und Sie könnten dabei das Alibi von der Frau Rehlinger überprüfen. Die will gestern Abend bei einer Freundin übernachtet haben. Ja? Frau Stocklitz. Herr Achtziger. Die Unterschriftenmappe zurück. Ah, vielen Dank. Ja, was ist jetzt das? Wollen Sie einkaufen? Ja, Achtziger doch nicht während der Arbeitszeit. Die Tüten gehören der Frau Hofer. Frau Hofer? Ist die im Haus? Nein, die Frau Hofer ist schon wieder weg. Die hat einen Termin im Rathaus mit dem Bürgermeister. Und da wolltest du die Tüten mitnehmen. Ich dachte, der wäre schon längst gewesen. Das helfe ich schon mal. Ja, bitte. Hallo Frau Reindl. So. Ah, mein Frau Hofer, Sie habe jetzt ganz vergessen. Aber es geht um meinen Termin mit dem Bürgermeister. Sie haben doch gesagt, dass wir um 12 Uhr zusammen essen gehen. Ja, und es tut mir wirklich jetzt auch wahnsinnig leid. Aber jetzt ist er schon zu Tisch mit dem Dr. Jäger. Das ist jetzt nicht wahr. Sehr gut. Ja? Hallo Frau Stockl. Frau Danner. Wo haben Sie denn Ihren Stadler gelassen? Der ist noch in der Firma von Herrn Rehlinger. Und Sie sind schon gut gewesen. Was haben Sie denn schönes gekauft? Die Tüten gehören nicht mir, die gehören der Frau Hofer. Ach so. So, jetzt was anders. Gerade ist die Telefonliste vom Rehlinger seinem Festnetz gekommen. Ja, und was ist mit seinem Handy? Die KTU wertet die Handydaten noch aus. Und ich habe vorhin auch mit dem Nachlassgericht telefoniert. Vom Rehlinger liegt kein Testament vor. Das heißt, die Frau Rehlinger erbt alles. Haben wir denn schon eine Bankauskunft vom Herrn Rehlinger? Ja, aber das ist ein bisschen kompliziert. Also, der Herr Rehlinger hat eine Bank in Rosenheim. Die haben sogar was geschickt. Aber die haben auch gemeint, dass der Herr Rehlinger beruflich und privat es noch mit anderen Banken zu tun gehabt hat. Hm. Das müsste man dann leider auch noch alles recherchieren, gell? Das ist mir schon klar, Frau Danner. Hätten Sie sonst noch was gebraucht? Ach ja. Ich bräuchte dann noch die Handynummer vom Herrn Hauzenberger, bitte. Ich dachte, der wäre Ihnen zu jung. Ich muss mich einfach nur mit ihm unterhalten. Rein beruflich. Rein beruflich. Hallo, Frau Stockel. Ah, Frau Lange. Sagen Sie, ist die Frau Grasecker in der Nähe? Frau Stockel. Frau Stockel. Ah, grüße Frau Grasecker. Folgendes. Könnten Sie mir bitte die Handynummer von Ihrem Neffen geben? Also, nicht ich brauche die, sondern die Frau Danner. Die wird sich mit dem gerne ein bisserl unterhalten. Das kann ich dem Fredi selber sagen. Hallo? Hat die mir aufgelegt? So eine Gans. Sagen Sie mal her. 200 Quadratmeter Verkaufsfläche im Tiefgeschoss vom Rosentower. Direkt bei den Rolltreppen. Das ist doch wie maßgeschneidert für Sie. Warten Sie mal. Da muss ich kurz hingehen, gell? Tantchen. Ja. Ich bin grad mitten in einem Kundengespräch. Ich hab jetzt keine Zeit für dich. Leider. Also, die drei Sekunden wirst du jetzt schon noch haben. Es geht auch nicht um mich, sondern um eine Kollegin. Die Frau Danner. Die würde sich gerne mal mit dir unterhalten. Eine Kollegin? Ja, da hat's aber Glück gehabt. Mir ist nämlich grad ein Termin abgesprungen. Sagen wir mal in 20 Minuten im Times Square. Wieso denn im Times Square? Kannst du nicht daher ins Präsidium kommen? Tantchen, weil ich grad schon im Times Square bin und ein Termin wieder mal den anderen jagt. Okay. Ja, frag einfach einmal nach. Gib ihr einfach meine Handynummer. Ja, ist gut. Pfiat dich. Oh mein. Sag ich mal, Joe, du kennst doch das halbe Präsidium, oder? Freilich, Friedi. Ich hab jetzt grad gehört, eine Frau Danner will mit mir reden. Ich hoffe, du hast keine Leiche im Keller. Wieso? Weil sie als Kommissarin in der Mordkommission arbeitet. Allerdings nur vertretungsweise normal ist sie in Regensburg. Sehr hübsch, im Übrigen. Aha. Ah. Grüß dich. Grüß dich, Michi. Wo kommst du her? Ich hab die Aussage von der Frau Rehlinge, überprüft von der Frau vom Herrn Rehlinge. Na, wollen wir ein bissel einkaufen? Na, wollen wir nicht. Na? Na. Sagen Sie mal, wir zwei, wir haben uns doch auch schon mal irgendwo gesehen, oder? Nicht verraten. Sie haben mir heute Morgen so überaus charmant die Tür aufgehalten. Das war's. Wie kann ich sowas vergessen? Hübsche Frauen vergiss ich ja normalerweise nie. Aber das liegt wahrscheinlich an der ganzen Arbeit, die ich hab, ne? Ja, ich hab schon gehört. Sie sind für die Vermietung von die Gewerbeflächen im Hosentower zuständig, gell? Ganz genau. Aber wenn Sie noch eine kleine Wohnung suchen, gell, dann kann ich sicher was drehen für Sie. So, Frau Dana, Ihr Kaffee, bitteschön. Danke. Ich hab mich nämlich schon ein bissel schlau gemacht über Sie. Ja, ich war so frei und hab Herrn Hautsenberger erklärt, dass Sie normalerweise in Regensburg wohnen, aber immer wieder beruflich in Rosenheim zu tun. Ach, und jetzt glauben Sie, dass ich mir eine Zweitwohnung im Hosentower zulegen möchte? Na ja, deswegen wollten Sie wahrscheinlich mit mir reden, oder? Herr Hautsenberger, ich glaub, da haben Sie jetzt was missverstanden. Entschuldigung. Herr Stadler, was gibt's? Frau Danner, ich war grad in der Firma vom Herrn Rehlinger. Und da hat's gestern einen sauberen Zoff gegeben. Und zwar zwischen Herrn Rehlinger und der Frau Lautenschläger. Ah, die Frau Lautenschläger, die für den Immobilienfonds arbeitet? Ganz genau die. Es hat mir bloß keiner sagen können, worum's bei dem Streit genau gegangen ist. Dann fragen wir die Frau Lautenschläger doch am besten selber. Ja, und darum hab ich's gleich aufs Kommissariat einbestellt. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Dr. Julian Jäger. Wer ist jetzt das wieder? Der ist Mitarbeiter im Baudezernat und hat sich den Bau des Rosentowers sauber auf seine Fahner geschrieben. Und Sie sind fleißig im Büro? Fleißig schon, aber nicht im Büro. Herr Stadler, ich muss Schluss machen, gell? Wir sehen uns später, ja? Wiederhören. Mein Kollege. Kein Problem. Ich hab mir in der Zwischenzeit erlaubt, einen kleinen Tisch für uns zu reservieren heute Abend. Einen Tisch für heute Abend? Dann können wir uns ein bisschen besser kennenlernen, haben ein bisschen Zeit füreinander. Der Herr Kasper, der zaubert was in seiner Küche. Flaschen Shampoos, bisschen Candlelight. Das ist doch ganz in Ihrem Sinne, nehm ich an. Herr Hauzenberger, ich glaub, da haben Sie schon wieder was missverstanden. Bonas. Herr Rehlinger ermordet? Das ist ja eine Katastrophe. In zwei Monaten sollen die Bauarbeiten beginnen. Wobei sich die Mitarbeiter von Rehlinger gefragt, wie das gehen soll. Der Chef hat's scheinbar nicht sehr eilig gehabt mit den Vorbereitungen. Die sind noch nicht einmal Backup bestellt. Das gibt's doch gar nicht. Herr Rehlinger hat mir gesagt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ging das ruhig? Entschuldigung. Frau Lautenschläger? Ja, ich hab's auch gerade erfahren. Hauptkommissar... Stadler. Hauptkommissar Stadler ist gerade bei mir. Ich ruf Sie zurück. Das war Frau Lautenschläger. Sie arbeitet für einen Immobilienfonds, der den Rosentower mitfinanziert. Ja, das hab ich gehört. Sagen Sie mal, was hat denn die Stadt Rosenheim damit zum tun? Schauen Sie. Der Rosentower steht finanziell gesehen auf drei Beinen. Den Löwenanteil von 85 Prozent trägt ein Investor aus Dubai, Herr Almudabi. Ah, deswegen ist der Rehlinger so oft auf Dubai gefahren. Ja, genau. Dazu kommen zehn Prozent von Frau Lautenschläger, beziehungsweise dem Immobilienfonds, den sie verwaltet. Und die fehlenden fünf Prozent, die steuert die Stadt Rosenheim in Form eines Baugrundstücks bei. Sagen Sie mal, wer baut denn jetzt den Rosentower, wo es einen Rehlinger nicht mehr gibt? Meiner Einschätzung nach gibt's in seiner Firma niemanden, der so ein Projekt schultern könnte. Wir müssen das Projekt wahrscheinlich komplett neu aufrollen. Noch mal zurück zu Frau Lautenschläger. Ich hab gehört, dass sie gestern mit dem Rehlinger einen Streit gehabt hat. Ach wirklich? Die beiden haben sich doch sonst so gut verstanden. Letzten Monat waren wir alle zusammen in Dubai. Herr Rehlinger, Frau Lautenschläger und ich. Um den Herrn, äh, nicht sagen, Almudabi zu treffen. Ja, das war der Plan. Aber wie das so ist in Arabien, es gab keinen festen Termin. Also haben wir gewartet, bis Herr Almudabi sich die Ehre gibt. Nach fünf Tagen hieß es dann plötzlich, Herr Almudabi sei wegen dringender Geschäfte nach Bahrain geflogen. Äh, Sie haben den gar nicht getroffen? Ja. Alles für die Katz. Sie können sich vorstellen, wie sauer ich war. Ja. Aber Herr Rehlinger und Frau Lautenschläger hatten trotzdem ihren Spaß. Wie meinen Sie denn das jetzt? Ja, die haben geturtelt, dass sich die Balken wiegen. Und auch noch geglaubt, ich krieg das nicht mit. Ach, schau an. Also wenn die zwei wirklich ein Verhältnis miteinander hatten, dann kann es doch sein, dass die Frau Rehlinger eifersüchtig war und somit hätte sie ein Motiv. Wie schaut es denn mit Ihrem Alibi aus? Mei, also Ihre Freundin, die Frau Plüschig, die hat gesagt, dass sie zur Tatzeit bei ihr gewesen ist. Zuerst haben sie was gekocht, dann haben sie was gegessen und dann haben sie Domina gespielt. Ach geh, das kann doch auch abgesprochen sein. Checken Sie doch bitte noch mal bei den Nachbarn, ob irgendjemand die Frau Rehlinger gestern Abend in der Nähe vom Tatort gesehen hat. Ist besser. By the way, was war mit dem Hauzenberger? Für den ist der Rehlinger ein richtig toller Hecht. Der hat ihm die unglaublichsten Geschichten erzählt und der Hauzenberger hat das alles geglaubt. Zum Beispiel? Zum Beispiel wollte er den Rosentaur mit Hilfe von modernster Technik ratzfatz hochziehen. Ich bin zwar keine Frau vom Fach, aber ich könnte mir vorstellen, ganz so easy geht's dann doch wieder nicht. Also laut seinen Mitarbeitern war er sauber im Verzug der Rehlinger mit den Vorbereitungen. Der hätte jetzt ordentlich Gas geben müssen. Und stattdessen will er mit großem Gepäck verreisen. Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Ich war auch fleißig. Hier hab ich die Anrufliste vom Rehlinger sein Handy. Aha, danke. Und dann hab ich rausgefunden, dass der Rehlinger bei sechs Banken war. Und bis wir da die Unterlagen haben, das dauert wirklich ein bisserl. Was haben wir denn da noch Schönes? Das ist von der KTU. Die haben auf dem Rehlinger seinem Handy eine elektronische Bordkarte gefunden. Der Rehlinger sollte heute um 11.45 Uhr nach Vancouver fliegen. Ach, Kanada. Was will er denn da? Rückflug hat er keinen gebucht. Besten Dank, Frau Stuckel. Danke. Gerne. In Kanada braucht man Pullover. Das schaut doch so aus, als hätte sich der Rehling aus dem Start machen wollen. Laut Handyliste hat er gestern zwischen 18.39 Uhr und 20.00 Uhr fünf Anrufe von derselben Handynummer gekriegt. Der ist aber nicht rangegangen. Frau Stockel? Ja? Könnten Sie bitte schon mal rausfinden, wem diese Nummer gehört? Selbstverständlich. Ja? Grüß Gott. Bettina Lautenschläger ist mein Name. Ach, Frau Lautenschläger. Wir haben schon auf Sie gewartet. Dana. Hallo. Bitteschön. Danke. Sie meinen also, Herr Rehlinger wollte sich absetzen? Oder haben Sie eine andere Erklärung, warum er sich ein Oneway-Ticket bucht? Niemand Bescheid sagt, weder seiner Frau noch seine Mitarbeiter noch Ihnen? Nein. Aber warum sollte er das tun? Es lief doch alles super für ihn. Frau Lautenschläger, wie lange haben Sie denn Herrn Rehlinger schon gekannt? Seit ungefähr acht Monaten. Ich weiß noch, wie das erste Mal zu mir ins Büro kam. Mit dem Modell des Rosenthauses unterm Arm. Ja, er meinte, es wäre die Gelegenheit, kurzfristig in ein Immobilienprojekt einzusteigen, was mittelfristig eine hohe Rendite verspricht. Sie waren ja mit ihm nicht nur beruflich liiert. Also, wir haben gehört, dass Sie ein Verhältnis mit dem Herrn Rehlinger hatten. Ja, da haben Sie richtig gehört. Und ich bin auch nicht unbedingt stolz darauf. Mit einem Geschäftspartner anzubandeln. Obendrein noch mit einem, der verheiratet ist. Das war wirklich nur eine Affäre. Und mit Sicherheit nicht seine erste. Hat seine Frau davon gewusst? Nein. Obwohl, vielleicht hat sie was geahnt. Sie hat ihm öfter hinterher telefoniert, weil sie misstrauisch war. Wann haben Sie Herrn Rehlinger das letzte Mal gesehen? Gestern Nachmittag in seiner Firma. Da hat es ja ganz schön gestaubt zwischen Ihnen. Also, laut Ihren Mitarbeitern gab es einen Streit. Ja, ich war sauer. Weil ich das Gefühl hatte, dass er auf zu vielen Baustellen gleichzeitig unterwegs ist. Und dass es mit dem Rosentower überhaupt nicht vorwärts geht. Und gestern Abend, so zwischen 10 und halb 11, wo waren Sie da? Zuhause? Zuhause? Nein. Ich war allein. Entschuldigung, hättest du ja einen Momenterl? Ja. Frau Lautenschlähe, das war's dann fürs Erste. Vielen Dank. Wiederschauen. 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 Ich schaffe Zeit, und was ist jetzt? So. Du, Hilde, grüß dich. Es ist momentan ganz schlecht. Ich habe buchstäblich alle Hände voll zu tun. Ja, bis später. Herr Stahler, kann man Ihnen helfen? Ja, das wär's ja nicht, Frau May. Wenn Sie mir bitte die Tür aufhalten könnten. Selbstverständlich. Vielen Dank. Und Sie haben heute fleißig ermittelt? Nein, nein, das sehen Sie jetzt völlig verkehrt, Frau May. Die würden Sie gar nicht mehr. Dachte ich mir. Die weite Gattin wird Sie sicher freuen. Schönen Abend noch. Also, das passt mir gar nicht, dass mir ausgerechnet die May über den Weg läuft. Die denkt jetzt bestimmt, dass ich in der Dienstzeit für meine Frau zum Shoppen gehe. Oh mein, jetzt hab ich auch noch einen guten Ruf ruiniert. Jetzt gibt's ja wenigstens was Gescheites zu messen. Äh, nein, das müssen wir auf den Magen verschieben. Tut mir leid, ich bin heute Abend gar nicht da, sondern in der Akademie. Aha, passt schon. Na ja, dann können Sie wenigstens Ihre Neuerwerbungen gleich ausführen. Genau, das ist der Plan. Danke. Hilde, grüß dich. Ja? Morgen, Frau Stockel. Guten Morgen, Frau Danner, die Herren sind schon da. Ja, ich seh's. Gibt's was Neues in Sachen Bankauskunft? Ja, aber die Unterlagen hat sich der Herr Stadler schon gekrallt, obwohl ich noch nicht alles beieinander hab. Aber ich bleib natürlich dran. Sehr gut. Die sind wirklich gut, gell? Super. Die sind wirklich von der Annalena. Mhm, aus dem Schwarzwald. Na. Morgen. Morgen. Frau Danner, probieren Sie mal. Meiländerle aus dem Schwarzwald. Gerne. Mh. Herr Moor, wenn wir jetzt so schön beieinander sind, fangen wir's doch noch mal von vorne an. Alles richtig. Es ist ja so, gegen 21 Uhr hat ein Nachbar von der Rehlinges gesehen, wie das Auto von Frau Rehlinger beim Haus von der Rehlingers gestanden ist. Also war sie zu diesem Zeitpunkt schon mal nicht bei ihrer Freundin, wie es uns eigentlich gesagt hat. Ja, und was ist mit der Tatzeit zwischen 22 und 22.30 Uhr? Ist da das Auto immer noch vor der Villa gestanden? Das ist ein Problem. Dafür haben wir keine Zeugen. Aber wir wissen, dass die Frau Rehlinger in der Tat noch mehrfach versucht hat, ihren Mann am Handy zu erreichen. Und wir wissen auch, dass er ein Verhältnis mit der Frau Landenschläger hatte. Die Rehlinger wird eifersüchtig, sie fährt hin, es kommt zum Streit, zack, hin ist er. Also Haken an der ganzen Sache ist, wir wissen immer noch nicht, warum der Rehlinger nach Kanada ausbüchsen wollte. Ja, und was ist mit den Bankauszügen? Haben Sie da schon reingeschaut? Ja, also summa summarum, Rehlinger war pleite. Okay. Trotz Hosentower, das ist doch ein Riesenauftrag. Ja, der hätten vermutlich wieder rausgerissen, aber über dieses Projekt haben wir noch keine Bankunterlagen. Hm, gut, die kriegen wir vielleicht noch. Jetzt befragen wir erst noch einmal die Frau Redinger. Ah, Herr Moor, nehmen Sie sich doch bitte noch mal die Freundin vor. Die hat uns ja anklagen wegen einem Alibi. Krieg ich noch eins? Na. Klar eins, hm? Super. Ja. Ich geb's zu. Ich war eifersüchtig. Weil ich den Verdacht gehabt hab, dass mein Mann ein Verhältnis hat mit der Frau Lattenschläger. Und wie kamen Sie zu dem Verdacht? Eine Frau spürt sowas. Hm. Zumal es nicht sein erster Seitensprung war. Was war denn jetzt in der Tatnacht genau? Naja, ich war ja bei meiner Freundin. Und dann ist mein Mann halt nicht an sein Handy gegangen. Und dann hab ich gedacht, wahrscheinlich vergnügt er sich mit der Frau Lattenschläger. Ja, ja. Und dann sind Sie also hierher gefahren. Ja, ich hab ja gewusst, dass er hier sein wollte. Und da war er ja auch. Aber allein. Ja, und wieso ist der nicht an sein Handy gegangen? Das hat er ausgeschaltet. Damit er in aller Ruhe packen kann. Und dann hab ich gesagt, Geht's mal wieder mit der Frau Lattenschläger nach Dubai? Und da hat er gesagt, er hätte nix mit der Frau Lattenschläger. Und in ein paar Tagen wär er wieder da. Aber Sie haben sich mit dieser Erklärung nicht abspeisen lassen? Nein. Ich hab darauf bestanden, dass er mir endlich die Wahrheit sagt über sich und die Frau Lattenschläger. Und dann hat er alles gestanden. Was? Alles? Naja, dass er tatsächlich eine Affäre hat mit der Frau Lattenschläger. Aber bloß, weil er halt ihren Immobilienfach zur Finanzierung von dem Rosentower gebraucht hat. Aber das haben Sie ihm dann schon abgenommen. Die Firma von meinem Mann schreibt rote Zahlen. Und ohne den Rosentower wär mir pleite gewesen. Deswegen hat er doch auch den Dr. Jäger gebraucht. Obwohl der ständig die Hand aufgehalten hat. Äh, Moment mal. Wollen Sie jetzt damit sagen, dass der Herr Dr. Jäger sich von Ihrem Mann hat bestechen lassen? Also, der hat sich mal eine Uhr spendieren lassen für 35.000 Euro. Du schau her. Ja, äh, wie ist denn dann weitergegangen in der Tatnacht? Na, ich bin dann wieder zu meiner Freundin und meinem Mannes raufzupacken. Und wie spät ist es da gewesen? Schon halb zehn. Aber er hat gesagt, ich soll wieder zu meiner Freundin, weil er ja in der Früh hat raus müssen. Ja, aber Sie haben ihn nicht gefragt, wohin er fährt. Das hab ich doch schon gesagt. Dass ich dachte, dass er nach Dubai wollt mit der Frau Lattenschläger. Wir hätten die Rehlinger gleich mitnehmen sollen. Ich glaub, sie hat diesmal die Wahrheit gesagt. Frau Kollegin, die Frau Rehlinger ist die einzige, die weit und breit ein klares Motiv hat. Und zwar, sie war eifersüchtig. Ja, aber doch nicht zum ersten Mal, wenn der Mann die ganze Zeit fremdgegangen ist. Außerdem wissen wir immer noch nicht, warum der sich nach Kanada hat absetzen wollen. Gut, das muss zwingend nicht was mit dem Mann zu tun haben. Sondern? Ja, vielleicht hat er bloß die Schnauzen voll gehabt. Zum einen die eifersüchtige Ehefrau und zum anderen die Geliebte, die permanent Druck macht, wenn es endlich mit dem Rosentower weitergeht. Sie glauben also, die zwei bösen, bösen Frauen haben den armen Mann in die Flucht geschlagen? Ja, ich weiß schon, dass das wieder sehr männlich gedacht war. Aber können wir diese Theorie nicht für einen kleinen Moment einmal stehen lassen? Gut. Das habe ich hiermit getan. Und jetzt sollten wir uns noch einmal den Dr. Jäger vorknüpfen. Ah, bestimmt eine ganz heiße Spur. Frau Stockl, was gibt's? Frau Danner, passen Sie auf. Ich habe jetzt gerade mit dem Betrugsdezernat telefoniert. Und die haben gesagt, dass die Frau Lautenschläger gerade dabei ist, eine Anzeige gegen die Firma Rehlinger aufzugeben. Und zwar hat der Rehlinger, die Frau Lautenschläger, und jetzt kommt's um 2,5 Millionen betrogen. Ach, geh. Was ist denn? Äh, Moment einmal, Frau Stockl. Die Lautenschläger, die ist gerade bei den Kollegen vom Betrug, weil der Rehlinger sie angeblich um 2,5 Millionen Euro betrogen hat. Aha. Warum hast du denn das gestern gesagt? Tja, das frage ich mich allerdings auch. Frau Stockl, wir fahren jetzt sofort ins Präsidium. Und die Frau Lautenschläger, die soll bitte unbedingt auf uns warten, gell? Ja, das gebe ich weiter, Frau Danner, gell? Bis später. Wiederhören. So. Das waren die News von Radio Rosenheim. Und jetzt geht's weiter mit unserem beliebten Hitmix. Furchtbar. Frau Lange, Sie glauben nicht, was ich gerade gehört habe. Wieso, was passiert? Der Rehlinger soll ein Betrüger gewesen sein und wollte sich nach Kanada absetzen. Das haben sie gerade im Radio gesagt. Ja gut, was ist daran jetzt so tragisch? Sie sind gut. Das kann ja nur bedeuten, dass irgendwas oberfaul ist an diesem Rosenthaler-Projekt. Mir kann das wurscht sein, ob das gebaut wird oder nicht. Aber mir tut's leid um den Fredi, wenn der wieder seinen Job verliert. Waren Sie auch was Süßes? Das ist gut für die Nerven. Danke, Frau Lange. Dass du ja immer so aufschneiden musst, das hat noch nie ein Glück gehabt. Servus, Fredi. Servus, Ciao. Was ist denn mit dir los? Magst du dein Gesicht wie drei Tage Regenbieder? Ich hab ja in der Früh schon das Vergnügen gehabt, mit der Frau Lautenschläger zu telefonieren. Ach, die, die sich entscheiden wollte, wer den Rosenthaler baut. Genau die. Das Projekt Rosenthaler ist geplatzt. Ja. Vor drei Tagen habe ich Herrn Rehlinger 2,5 Millionen Euro auf dieses Konto bei einer Frankfurter Bank überwiesen. Für was? Das war die erste Rate für den Rosenthaler. Aber das Geld wurde sofort weiter transferiert. Über Lichtenstein auf ein Konto auf den Bahamas. Und danach verliert sich die Spur. Also dann ist für mich der Fall klar. Der Rehlinger wollte sich mit Ihrem Geld aus dem Stab machen und Sie sind eben draufgekommen. Ja und? Frau Lautenschläger, warum haben Sie uns denn das gestern noch nicht gesagt, dass das Geld verschwunden ist? Weil ich es gestern selbst noch nicht gewusst habe. Sie haben mich eigentlich draufgebracht. Als Sie mir erzählt haben, dass ich Herr Rehlinger nach Kanada absetzen wollte, bin ich misstrauisch geworden und habe nachgeschaut. Was ist denn eigentlich mit dem Hauptinvestor, den Herrn Almudabi? Muss der da nicht in diesen Topf einbezahlen? Doch, ganz genau. Das ist das zweite, was mir aufgefallen ist. Herr Almudabi hat seinen Anteil an der ersten Rate nicht zum festgesetzten Termin eingezahlt. Diesen Herrn Almudabi, haben Sie den eigentlich jemals gesehen oder gesprochen? Wir sind mit Herrn Rehlinger und Dr. Jäger in Dubai, waren da also ja nicht in Erscheinung getreten. Ich dachte, dass der Sitz der Firma in Dubai ist. Die Almudabi Constructions. Und ansonsten lief der ganze Kontakt über Herrn Rehlinger. Ja, aber dann könnte es doch theoretisch sein, dass der Herr Rehlinger diesen Herrn Almudabi mitsamt seiner Firma bloß erfunden hat, um Sie und den Herrn Jäger reinzulegen. Tja, ich habe Herrn Rehlinger vertraut. Warum sollte ich da auf die Idee kommen, dass dieser Herr Almudabi gar nicht existiert? Ja, das ist ja saubblöd. Ohne Hauptinvestor wird der Rosenthal garantiert nicht mehr. Wem sagst du das, gell? Drum hat die Frau Lautenschläger auch gemeint, ich soll mich vielleicht einmal nach einem anderen Job umschauen allmählich. Hauzenberger? Ja? Wer spricht da bitte? Das sagt mir jetzt nix. Was ist eine Bauunternehmung aus Wuppertal? Aha. Sie haben ein Angebot für mich. Fantastico. Mein Gott, Fredi, was ist das jetzt wieder für eine Geschichte? Der Rosenthaler wird nicht gebaut und für dich geht es trotzdem weiter. Tantchen, ich sag bloß Wuppertal, verstehst? Wuppertal. Wuppertal? Jetzt mach es halt nicht so spannend. Ja, in Wuppertal soll der gleiche City Tower entstehen, wie in der Rehlinger jetzt für Rosenheim geplant hat. Und was glaubt ihr, wer da in Zukunft die Verpachtung von den Gewerbeflächen managt? Doch nicht du? Ja, freilich. Das hat sich halt rumgesprochen, was ich da für einen super Job gemacht hab, oder? Fantastico. Ganz genau. So, ich hab jetzt mit dem deutschen Generalkonsulat in Dubai telefoniert. Und die haben gesagt, es gibt keine Firma mit dem Namen Al-Mudabi-Constructions. Ah, wie vermutet. Ja, die Vermutung hatte aber noch jemand. Es hat nämlich noch jemand im deutschen Generalkonsulat angerufen. Und jetzt rat's einmal wer. Und aufgrund dieses Telefonats haben Sie gewusst, dass der Herr Rehlinger den Herrn Al-Mudabi bloß erfunden hatte und dass der Rosenthaler ein einziger großer Schwindel war? Blöd, dass sie nicht zur Polizei haben gehen können, um ihn anzuzeigen. Männer wären Sie selber fällig gewesen. Laut Aussage von Frau Rehlinger wissen wir, dass der Herr Rehlinger Sie bestochen hat. Unter anderem mit einer Uhr im Wert von 35.000 Euro. Das war ein kleines Dankeschön dafür, dass ich mich persönlich für das Projekt stark gemacht habe. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er mich so aufs Glatte erst führen würde. Was war in der Tat noch? Rehlinger war schon am Packen. Der wollte sich einfach so aus dem Staub machen. Tja, und das hätte unangenehme Fragen aufgeworfen. Wahrscheinlich wären Sie wegen Korruption drangekommen. Also hatten Sie die Idee mit dem Raubmord. Keine schlechte Idee, oder? Das Projekt Rosenthaler wird quasi mit Rehlinger begraben. Was haben Sie mit der Tatwaffe gemacht? Dem Modell vom Rosenthaler? Im Wald versteckt. Herr Dr. Jäger, Sie sind vorläufig festgenommen, weil Sie im dringenden Tatverdacht stehen, Christian Rehlinger einmordet zu haben. Bitte. Kommen Sie. Doch kein Wolkenkratzer für Rosenheim. Das ist schon schade. Na, Gott sei Dank. Ich danke. 52